Musik Hallo meine Lieben, heute sind wir im Telekom Shop Bielefeld an der O-Bahn-Straße 44. Ich habe eine mega Überraschung für euch, heute könnt ihr zwei Wettkickets gewinnen. Ja Leute, wisst ihr schon, wo wir sind? Richtig, wir sind an der Skifahreräne, wunderbar umgehen. Es gibt zwei Wettkickets zu gewinnen in diesem Strandkorb, inklusive Essen und Trinken im Wittbereich. Um das Spielkreuter führt, von diesen Plätzen aus sehen zu können, müsst ihr Beutnis tun. Erstens, ihr lasst euch einmal in allen unserer Telekom Shops registrieren. Zweitens, seid ihr somit für die ganze Saison 2018, 2019 im Losort und habt somit eine Hörnige Winnshop. Drittens, bekommt ihr von uns diese gratis Amina Power Bank. Hier muss, ihr wollt wissen, welche Shops dran teilnehmen, dann müsst ihr einmal unter aminastrandkorb.de nachschauen. Vielen Dank für's Zuschauen!